ich war gerade am trinken und du schreibst ein schild noch ein schild du hast recht keine hobbies echt mal so ich wollte aber mein haus wanders hinbauen beziehungsweise meine nette kleine stube ein pornokeller genau ein pornokeller das können wir auch machen ich glaube ja das ist unser nächstes projekt ich glaube ich fange schon damit an deine bude bitte pornokeller habe ich recht nein ich brauche mein zimmer keine rote nur so eine frage haben wir noch diese sandkiste die wir vorhin hatten die steht draußen sehr gut wo bin ich denn jetzt gelandet im ehrenhaus ich brauche ich der clean stone brauche ich mein home. sehr nice wenn wir jetzt beide pennen würden wird es eigentlich gehen wirklich ins bett schaue mich auch mal hin das ist aber leider der tag die können auch nicht sleep at night und jetzt wie lange willst du noch umruhe aufgaben ja weiß ich nicht so jetzt komm mal her und was mir ne kann ich nicht nein wollte ich jetzt guckst du sie schon besser aus vor allem dass bloß gut dass du rausguckst passt doch das sieht ein bisschen komisch aus ich brauche ein boot ich habe aber leider kein holz für boot ich bin ein u-boot ein u-brot und jetzt jetzt tauche ich auf um atomraketen zu schießen bis ja das klo sieht dann doch schon seltsam aus wie kommt man da rein von innen ich habe da schon so eine grobe vorstellung wie das äh wie das o ne ne wie das aussehen soll und ich habe ein zombe ein zombe ah manam 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 ich habe schienen gefunden die von jahren das ist das ist nicht gut muss noch eins tiefer und wieder slash so schlimm aus Sandstein sieht irgendwie seltsam aus Bull ist halt noch tiefer nein Josh nicht noch tiefer Mann Sack Stack Genau Mann Stack Stuntzone ich hoffe ich sehe jetzt gleich keine Schienen mehr sonst kotze ich warum Schienen sind doch immer gut ja den Gang werde ich beziehungsweise äh den porno keller hier werde ich auch auf screen weiter bauen also so ich bin mal erstmal slash home haben wir ein bisschen clean clean stone oder auch nur stone stone ich habe da gerade irgendwie äh die wand gesehen und da fehlt Holz das kann sein aber woher hast du das gewusst weil ich ja gerade hingeguckt habe nein da fehlt kein Holz also ich wette du wirst den porno keller nicht finden wo er sein soll nein ich muss auch nicht in den porno keller reingehen ein Schild noch ein Schild sieht das so aus ja rate mal wo das sein könnte keine Ahnung rate doch keine Ahnung okay nicht in port nein also das reicht zumindest mal also mir ist gerade diese epische minecraft mucke angegangen bei mir geht die irgendwie gar nicht mehr an obwohl die wenn du da so alleine im single play spielst dann finde ich die musik total debris warum das das soll ich nicht diese du bist in der einöde gestrandeten musik ja woher woher so recht haben so dann machen wir noch mehr stone schläpps stone schnapps genau steinschnaps schmecken gut stimmt gut mit sicherheit so der porno keller ist fertig spring mal in den Brunnen rein Matthias den Brunnen den Brunnen im Haus spring mal rein oh da geht es ja runter ich schicke eine Vorhut voraus ich bin der Meister des Sandes hier kommt der porno kellerin oh mein Gott ja ich meine der kann dahin ne oder? ja bis du da oben ankommst saufst du ab ja deswegen sollst du da ein Boot hochballern aber dann wirst du oben jemaliger saufen dann wirst du oben gegen die Wand dagegen knallen und dann bist du sowieso tot ach das passt schon aber ich meine den kann man dahin bauen ne mh ja nein also gut dann bauen wir den hier hin ich nieder was nieder ich denn? ein nieder dollar ne ich glaube ich nieder Wasser Wasser Watter you you need water you need water good English good in good English I need glass I need glass ich brauche kein glass ich brauche glass yeah that's a god very god haben wir noch irgendwo glass keine ahnung aber Matthias soll ich hier die Aufnahme beenden? ne aber ich bau dann noch ein bisschen weiter ja weil äh ich werde wahrscheinlich das Glas in der in der Bude haben äh schade ich fähre ich dir immer mehr von der Wand bitte weiß nicht Matthias lass die Wand dagegen ich weiß nicht unten ist noch Holz ist nein gar nicht du lügst mich an doch elf Stück ich muss die Wand reparieren ja ich würde sagen das war Minecraft für die Aufnahme leider ohne Dennis leider ohne Amon und leider musste der Jan gehen oh das macht nix aus doch äh ja würde ich sagen bis zur nächsten hoffentlich mit anderen und Amon und so Aufnahme von Mintkraft mhm mhm und äh tülü mhm mhm mhm